Übrigens, wenn Sie in der Hauptstadt unseres größten Kantons, also Berlin, fünf Bier trinken, sind Sie für manche Leute bereits Alkoholiker. Auf dem Land sind Sie der Fahrer. Neulich habe ich gelesen, dass Berlin zwei schwul-lesbische Kitas bekommt. Au Backe! Warum möchte man die Kinder, also die drei, vier, fünfjährigen, in diesen Einrichtungen schon über die sexuellen Ausrichtungen ihrer Eltern aufklären? Ob nun schwul, hetero, divers, binär oder solche, die es gerne mit einem Staubsauger, einem Waffeleisen oder einem Erdbeerpudding mit Sahnehäubchen treiben wollen, ist doch für die Kleinen völlig irrelevant. Die wollen doch einfach nur mit Lego oder Klötzen spielen. Und den Kids ist es auch völlig egal, ob das Lego-Steinchen das Klötzchenbumst liebt. Oder ein anderes Steinchen eben. Also habe ich mir als Regenschirm, ich meine als Regenschirm, ich meine als kleiner Knerps, habe ich mir doch nie Gedanken gemacht, wie es meine Eltern, also meine Erziehungsberechtigten, mit den Blümchen und den Bienchen so treiben. Egal. Natürlich muss eine Prinzessin nicht immer einen Prinzen heiraten. Logisch. Es geht ja auch ein grüner. Also ein Frosch. Und natürlich soll ein kleiner Prinz später auch mal an einem anderen kleinen Prinzen gefallen finden sollen haben können. Auf das sie auf jeden Fall später zusammen eine Prinzenrolle machen oder gemeinsam an einen Baum prinzeln dürfen. Aber mal ganz ehrlich, braucht es wirklich schwul, lesbische Kitas, um den Zwergen sowas näher zu bringen? Sorry. Schon wieder ins Fettnäpfchen getreten. Natürlich sind Kinder keine Zwerge. Korrekt heißt es nämlich Kleinwüchsige oder KleinwüchsigeInnen. Apropos Zwerge, Wüchsige. Haben sie gewusst, dass Disney eine Neuverfilmung von Schneewittchen und die sieben Zwerge plant? Und um Kleinwüchsige nicht zu diskriminieren, werden die sieben Zwerge durch sieben mystische Gestalten ersetzt? Zeitgleich zur Ankündigung von Disney fanden in diesem Jahr in Köln die Dwarf Games, also die Zwergenspiele, statt. Die World Dwarf Games WDG sind übrigens das weltweit grösste Sportereignis, das ausschliesslich nur für kleinwüchsige Menschen veranstaltet wird. Und ohne Zuschauer. Man sieht es ja kaum. Und alle Teilnehmenden trugen mit Stolz das T-Shirt, auf welchem eben diese Bezeichnung prangte. Dwarf Games, Zwergenspiele. Komisch. Niemand von den Athleten trug ein Hemd mit der Aufschrift Mystische Gestalten Games. Da müsste man sich echt mal an einen Tisch setzen und darüber nachdenken. Aber zurück zu den Silbertüten. Stilblüten der Kindererziehungen. In der genderneutralen alternativen Erziehungswelt sind zum Beispiel Schulnoten so verpönt wie Fast Food von McDonalds. Es gibt keine Eins, Zwei oder Sechs. Stattdessen erhalten die Kinder kunstvoll gestaltete, handgeschriebene Lobesbriefe über ihre unvergleichliche Individualität und selbstbestimmte Lernreise. Und natürlich werden diese Briefe nicht in einer einfachen Mappe aufbewahrt, sondern in handgeschnitzten, von fair gehandelten Kaffeebauern aus Nicaragua gefertigten Schatullen. Aber selbst in schwullesbischen, nonbinären Kindergärten machen die Knirze, Sprösslinge, Minimenschen oder Persönchen in der Entwicklungsphase 2 bis 5, also Zwerge, ab und zu auch mal Unfug. Aber Bestrafung ist ein Nicht-Git oder auf Deutsch No-Go. Wenn ein Kind aber etwas Unangemessenes tut, werden stattdessen die Eltern zu einer langen Sitzung des gewaltfreien Dialogs verurteilt. Dieses stundenlange Fühlen umarmen und Ausdrücken von Emotionen kann aber dazu führen, dass der Vater komplett austickt und den Baum, den er seit früh um vier umarmen musste, kurzerhand umhaut. Natürlich mit einer nachhaltigen Axt aus Tofu. Aber wie auch immer. Ich will die Idee, die hinter diesen speziellen schwullesbischen Kitas steht, nicht verurteilen. Aber ich kann gar nicht anders. Ich tue es. Okay, es gibt sicher auch Vorteile. Zum Beispiel, keine Ahnung, was fragen Sie mich? Gut, gut, vielleicht wissen diese kleinen Vorzeigekinder, die in diesen Verrichtungsboxen, in diesen Einrichtungen zu empathischen Menschen geknetet, geformt worden sind, dafür später auch in der Grundschule genau, wie sie auf Assi Kevin reagieren sollen, wenn er sagt, gib mich dein Handy oder frisse dick. Nämlich, äh, gar nicht. Sehen Sie, ich bin offen für alle Erziehungsmethoden, solange unsere Kinder noch Kinder bleiben dürfen und zu toleranten und selbstbewussten Erwachsenen erzogen werden. Aber eine Sache möchte ich hier mal klarstellen. Aus einem Hühnerei schlüpft nun mal immer ein Küken. Egal, ob der Hahn einen anderen Gockel liebt oder nicht. So, und ich mache mir jetzt ein Rührei. Und zwar mit Speck. Übrigens, only for me Fans können sich hier auch gerne für meinen Newsletter anmelden und dann bekommt ihr hin und wieder, äh, keine Nacktbilder zu sehen, aber dafür ein paar lustige Neuigkeiten rund um mich und mein Leben.